Jusuf, heute Abend in Antalya mit Jusuf Ozon und Taro Safaris. Der zweite Boar der Abendessen. Ein großartiger Boar. Ich habe nie einen Boar wie dieser. Eine großartige Erfahrung. Vielen Dank, Jusuf. Vielen Dank. Wir Österreicher sind ja einiges. Wir haben ja schon einiges gesehen. Aber so sauer wie noch nie geschossen. Danke, Jusuf. Gottmannsheil.